Okay, meine Bruchslips. Herzlich willkommen bei einem neuen Rage Game. Ich mach ein bisschen leiser, weil die Wellen sind schon sehr laut. Ich hör, der Wellengang ist sehr hoch. So. Ich weiß nicht, worum es in dem Spiel geht. Leni Raben geht an Verfolgung. Selma, meine Hübsche. Jetzt geht's los. Wenn ich runterplumpse, fängt sie mich bitte wieder auf. Okay, also das bin ich. Oh. Ist das denn? Ah, nach rechts. Ah ja. Ah, shit. Also. Wir machen kleine Übungen. Wir fangen an und zu denen, Mixte. So. Mixte. Jetzt alle nach rechts. Ja. Hände in die Höhe und alle nach links. Anker rollen. Bitte im Kreis. Sehr gut. Okay, so. So. Wenn ein Sub kommt, mach ich so. Wenn ihr die nächste, mach ich so. Warte mal. Ich habe ja eine Maus und die kann ich ja auf super empfindlich stellen. Was ist, wenn ich die Empfindlichkeit super hoch mache? Okay. Gut, also. Gut, meine Boots. Auch beim Klettern, natürlich. So. Meine Boots. Also. Ich bin... Ich bin der. Ich bin... Es ist ein bisschen dumm, das Spiel. So. Bootschein. Gut, alleine, wir werden heute nicht sterben. Ich hoffe, das ist klar. Wie kletter ich? Also. Ach so. Mit links. Ah, okay. Hält sich. Und dann mit rechts. Ah, und ich muss links loslassen. Oh, ach so. Okay, ich verstehe. Okay, und wenn ich loslasse, bin ich wieder unten. Okay. Also ich muss... Ah. Ah ja. Ah ja. Das ist mein Liebling. Aha. Okay. So, ich reiß an Blübel. Ich reiß an Blübel. Ich reiß scheiß Pflanzen aus. Okay. Das ist ja easy. Hopp. Okay. Das ist ja super einfach. Hä? Ah, man rutscht auch. Oh, scheiße. Man rutscht auch. Muss ich schauen, wo ich mich festhalte. Hopp. Das ist ja easy. Hopp. Hey, das ist es. Das ist mir nicht ernst. Ja, super. Okay. Rutsche ich ab? Ah, ich rutsche ein bisschen ab. Okay. Hopp. Setze das Chat. Diese Leichtigkeit. Ah, das ist jetzt... Und warte mal. Kikuleta. Hallo, Kikuleta. Hallo. Siehst du mich? Hopp. 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 Ja, super easy. Ah, da muss ich rüber. Okay. So, Chat. Achtung. Melanie, pass auf. Warte mal. Ich muss... Ah, scheiße. Warte mal. So, so und... Hopp. Und dann... Achso. Und ich kann... Ich mach einfach so. Ja, Chat. Ich bin ja da. Ich bin ja da. Free Climber. Ja, ist das einfach. Ja, Leute. Und damit grüner Stein. Oh, gefährlich. Gibt doch grauen, aber das ist grüner. Ah, da rute. Glitziger Stein. Ah. Glitziger Stein. Okay, so. Wie? Warte mal. Kann ich mich bei der Windmühle anhalten? Oh, shit. Oh. Okay. Ja, geht. Aber ist ein bisschen scheiße. Sind wir uns ehrlich? Wie sie... Oh. Oh, das ist aber... Oh, das aber... Ey, das ist scheiße. Die scheiße. Okay. Ja, das kann man rein. Sie dreht sich. Na, hätten wir ja auch... Ah, warte mal. Aber oben. Grauer Stein. Grauer Stein. Auto-Reifen. Ja, der ist ja easy. So. Und... Rechte Hand dahin. Und... Stretch. Ah. Und jetzt für den Exordium. Pass it ups. Exordium, schau mir zu. Ah. Ich rutsche. Oh. Okay. Knapp. Aber geht. Sekt es. Ein Wahnsinn. Na, du neid. Niki. Oh. Lupari. Man muss auch die Zuschauer ein bisschen begeistern. Oh Gott. Wie komme ich denn da rauf? Ah. Einfach so. Ja, easy. Ja, da. Zum Fassel rüber. Oh. Oh. Das Fassel rutscht. Oh. Am Ende der Rille habe ich mich festgehalten. Okay. Wie komme ich da rüber? Kann ich... Mit Schwung. Mit Schwung. Ich darf nur nicht die scheiß Maus loslassen, ja? Super. Kolpi. Ja. Oh. 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 Okay. Ja. Okay. Hopp. Ja. Oh. Ich kriege einen Krampf in der Hand langsam. Ich... Es krampft. Es krampft. Es hat geknackst. Oh. Es hat geknackst. Ich krampft. Es knackst. Der scheiß ausknackst. Oh. Bitte nicht Garcia brechen. Ja. Ja. Da. Okay. Okay. Okay, okay. Der Controllee z.B. Dieses ist ein bessere Wahl. Wirklich? Mal beim Controllerspiel? Ich kann mich aber da nicht festhalten. Ich rutsche ab. Ich muss da rauf. Ich muss... Wie soll ich denn da mit Schwung oder wie? Ja, Tolpi. Mit Schwung. Okay, Shit. Seid ihr bereit für den Sprung des Galimaa? Haben sie den anderen? Noah, komm. Siehst du mich? Hast du gesehen? Ist geil, oder? Ja. Schau her jetzt, Kenari. Macht auch noch. Sammy. Und nennt mich der Weißkopfadler. Achtung. Die Fuchsi. Ich fliege. Achtung. Ich muss mit Schwung so ab. Und dann einen richtigen Rambazambasprung. Achtung. Jetzt geht's jetzt. Achtung. Achtung. Jetzt ist mir fast das Holi umgeschüttet. Ja, ja, ja. Lieber nicht. Das ist scheiße wild. Das hat ja nix. Das war ja nix. Hey, wie komm ich denn? Der Stein ist nass. Wie soll ich da rüber? Wie geht denn? Wie soll ich das machen? Julia, schau mich an. Holi ist grad an. Komm, Julia, welches? Julia, lass das schmecken, mein Hübschen. Welches Holi hat man sich denn gönnt? Wie, wie, wie? Ich kann nicht hoch hüpfen. Das ist unmöglich. Ich kann nicht so hoch hüpfen. Schaut's mal. Wenn ich krass hüpfe. Hüah. Das ist ja gar nix. Ne, ne, Schwung geht nicht. Hüah. Ne, das geht nicht. Ne, 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 ne. Das geht dann doch wieder nach links. Ich geh, ich geh nach links. Ich, ich geh. Ich geh zum Ast. Vielleicht da? Kann ich nicht da... Wie soll ich... Scheiße. Wie soll der... Ja, ich muss... Ich muss aber... Wie soll... Oder nach rechts rüber? Der Weißkopfadler sieht am besten aus, wenn er ins Wasser taucht. Ja, goh, jetzt reicht's aber. Keine Frechschweine, ha? Ich glaube, ich muss nach rechts, oder, Chad? Nach rechts, darüber, oder? Was sagt's hier? Helft's mal. Ihr müsst mir helfen. Macht's auch was. Warst du da nicht schon? Aber wie soll ich da raufkommen? Ich kann leider keine Pause machen. Wie soll ich da raufkommen? Also das Ding ist halt, ich kann nicht so... Chad, mit Schwung, ihr habt alle gesehen, wie da Schwung ist. Ich kann keinen Schwung. Silent Kartoffel, du süße Maus. Danke für 22 Monate. Viel Liebe, geht raus. Hoffentlich ist es super. Tanke ein wenig Kraft, doch dann ist es schön. Silent Kartoffel, du tanken. Du wirst gleich ein bisschen Rage tanken. Danke für 22 Monate. Vielen Dank, Mensch. Also gibt's mal ein paar Kettele an den Silent Kartoffel. Hat das Schiss? Nee, das ist ich nicht. Ich nicht, ich nicht, ich nicht. Was war die Frage? Ey, Leute, ich komme da nicht hin. Ja! Moment, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, warte. Ja! Ja! Ha! Kann ich meine Finger kurz ausrasten? Ich habe einen Krampf. Habt ihr es gesehen? Standing Ovation! Habe ich gerade bekommen von euch. Ha! Ha! Ja! Oh, scheiße! Ja! 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 Ha! Geil! Hoppala! 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 Fuck, Julia! Julia, was ist denn bestellt? Nochmal, sag nochmal! Okay, aber der Adler, er klettert, er fliegt eigentlich im Gebüsch. Aha! Leute, das ist, ich bin satisfied. Wisst ihr, was das heißt? Das ist Englisch. Ha! Leute, ich bin, ich habe schwitzige Hände bis zum Gehtnimmer. Wie beim ersten Date. Ja. Da runter muss ich. Wo? Runter? Ich schlage mich gut, Reggie, Posca. Kennst du das Spiel? Da, nach rechts! Okay. Nach rechts. Okay. Hale! Hoppa! Hoho! Ich bin der Klettermann. Ich halte mich auch am Knochen an. Ha! Ha! Wo lebe ich? Schau! Hol die Mama! Ja! Woller Granu! Achtung! Ich muss da rüber! Oh, scheiße! Wie komme ich da rüber? Wie komme ich da rüber? Ich schaue mal, wie es unten ausschaut. Ich muss da rüber! Aber wie komme ich? Wie soll das gehen? Mutti! Mutti! Bring mir die Einlagen! Oh, ich bin zu klein. Ich hoffe, es wird schwerer. Ey, du, ich habe schwitzige Hände bis zum Sterben gerade. Warte, ich muss kurz meine Hände erwaschen. Ich habe so schwitzige Hände. Boah. Meine Maus ist nass. Meine Maus ist nass. Ich muss kurz die rechte Arm. Weil ich muss die Zermaus-Tasten drückt halten. Oh, Julia! Ich sage nochmal, Julia. Ich muss. Shit, wie komme ich? Wie soll ich da rüber? Geht nicht über die Tassatur. Nee, nee, nee. Warte mal. Ah, nee. Von da unten? Nee, eher oben, oder? Shit, eher oben. Shit, eher oben. Hoppaheehooooh. Ohoho. Hörst, da sind in die Käse Dieners. Ich habe keinen Platz. Ich mache gleich Pipi. Ey, stopp. So. Ich muss irgendwie rüber. Aber ich weiß nicht, wie. Scheiße. Jules! So geht's irgendwie, ne? Nimm doch die andere Hand. Hä? Achso, du meinst so. Ich habe... Aber ich muss mich da am Rand anhalten, Shit. Und dann mit einem... Schwuppa! Ja! So machen wir's in Duisburg! Siehst du es? Stark! Stroh! Da sind wir! Oh, scheiße. Oh, oh. Nicht abrutschen. Bitte nicht abrutschen. Nicht abrutschen. Nicht abrutschen! Bei der heiligen Maria! Oh! Nee. Nee, 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 nee. Bist du deppert? Ja, look at me! Ja, schauen Sie sich das an! Leute! Ich kann niemanden böse sein, der sich heute verliebt hat. Seid's mir ehrlich. Ich kann niemanden böse sein. Ist okay. So, genau, ich bin da! Putz aber wirklich krasser Free Climber. Naja, man kann man hart. Das, was man ja nicht in... Das haut man halt. Kann das sein, dass sich der Ast ein bisschen bi... Oh, oh. Heute, eh, die Molo, das ist erst schön gesagt. Ah! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh! Oh nein, ich muss den Baumwimmer hervorfen! Warum? Wieso? Wieso? Was war jetzt falsch? Och ne! Ich komm wieder raus. Ein Adler, der was einmal vielleicht die Maus nicht gefangen hat. Der lässt sich doch von sowas nicht abhalten. Das ist, ich bin nämlich ein Raubvogel! Genau, und dann Nallarots Cover 310 und Desmond gefollowed. Dankeschön. Sechstes, ich wollte eigentlich nur den Morgs... Ahahahah! Klein weniger Brüllen, ich glaube, es ist entspannt. Nur, ich habe ein Durst. Kannst du mein Handtuch bringen, meine Handys sind so schwitzig. Ich habe das Gefühl, ich habe hier den Biest an der Hand gehalten. Danke, dass du nochmal anfängst, ich habe den Schaden verpasst. Dann... ja... Nass ist so. Ja! Nur, darf ich noch ein Holy? Chat, was, was kriege ich für ein Holy? So ein Scheiß-Spiel aber auch! Ich schau mal, was da links ist. Chat, entscheide ich, was für ein Holy? Hibiskus! Hibiskus! Okay, war die erste. Hibiskus nur! Akaya! Dankenu, Pari! ich nur lache gerade weil ich hier so ruder eigentlich ein handtuch für die liegt aber daran weil es so schöne zuschauer auch sind red fox jaguar petili alle da das ist natürlich nervös so jetzt aber ich mache jetzt ein bisschen schneller ja so ich mache ein bisschen schneller sammy damit sie nicht wohnen dass du bedenkst er ist der putzikrass scheiße aber auch das ist so ein dreck dieses ob die schwerkraft krasse ruhe ruhe alle die sich gerade lust die sich gerade lustig machen von bei dank wo ich kann nicht schütteln wie soll ich denn schütteln ist so möglich nur ich bin im klettern okay das war mega ihr könnt jetzt auch vielleicht ein bisschen anfeuern kein beitrag dazu beileid tragen danke nur fürs schütteln scheiße danke nur ich komm schon nicht ich krieg's hin und der weißkopf Adler Kenari ja das ist eine alte grifftechnik der wikinger sehen wir wenn das ist gesehen es ist gesehen ach so ja ich meine frage bei mir kann man noch was lernen steht macht das spaß zum zuschauen oder ist das langweilig oder soll man wieder einkaufen gehen ja ich muss darum ich muss die spitze anfassen schau dir an wie ich da hochkletter ich erklimme den berg des eine umfrage ich erklimme den berg schau dir an wie ich schaue ich schaue ich schaue ich schaue ich schaue ich schaue wir klein ja schaue wir klein er klein wie kam und das einzige was er sieht ist der chat der oben sagt putze du bist da allergeilste putze putze liebe dich und ich sag hey chat ich hing ja cool da muss ich rechts rüber oder chat macht sehr viel spaß das ist der falkensprung von dem er richtig chat rechts rüber oder rechts rüber also ich gehe alle all in putze isch willer kind von der damen ja 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 rechts rüber ah die die isluna der glaube ich die ist nämlich eine treue ist eine treue und jetzt schwuppdi wupsi gesehen so so ist by the way die schildrose eben in die arbeit gegangen äh in die schule gegangen damals als kind warte mal komm ich da hopp ich muss aber irgendwie komm ich da rüber wie hab ich das vorgemacht chat mit einem schwung oder hier will ich das vorgemacht hab ich es mit schwung gemacht wagen wummel scheuer ja wagen wummel wir sind hier im free climb wagen wummel siehst du das ich hab vor deiner kinder story wieder erzählt by the way sieh das ist also das da musst du also da das 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 kannst du das kannst du nicht na also das ist aufwanderlich klar nirgul bin im kurzen einkauf bocci bist du wahnsinnig bei der spannung also bitte geht's noch ok ich halte mich da oben an an der spitze ich muss da rüber ja er klettert wie kein zweiter wie kein zweiter kennst du den dominik nicht ich auch nicht aber ich bin mir sicher konnte gut klettern also da ist er das ist er also da ist er also da ist er also da ist er also da ist er so da so 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 lisa pepisse danke für den monate vielen dank für den zappen okay aber wie hat jesus schon gesagt ich werde auferstehen und das habe ich ebenfalls vor man lässt sich nicht von kleinen fehlschlägen am entmutigen man probiert es wieder und wieder bis man oben ist aufgeben ist für kleine zwutschelbutschel aber ich bin kein zwutschelbutschel so kein problem ich wollte den leuten die gerade eingeschalten haben irgendeiner ist es sicher noch einmal alles von anfang an zeigen könnte ich theoretisch mit einem gekonnten sprung rauf könnte ich das achtung schro bitte setz dich hin bleibs jetzt den strock das probieren wir nicht ist kein problem das war ein kleiner schluppi wie man sagt in der finanzsprache so eine scheiße ich werde nie rauf kommen ich war wahrscheinlich noch nicht mal bei zehn prozent aber wenn man das kann kein problem wir sind wieder oben man muss einfach da hier den accessor kommt sich gerade dazu dank für den vollen accessor ja man muss auch einfach auch synthetia mein schatz vielen dank für fünf monate synthetia der ist für dich synthetia das ist der schwinger schluppi gesehen sind jetzt ja vielen lieben dank ja gut skalmenia mein schatz danke für 13 monate vielen lieben dank es kann mir gibt es mal der skalmenia und synthetia ein paar kacktein man hält sich auch fest siehst du das und deswegen sam die leute das ist der grund und immer große große sprünge große griffe ja groß greife nach den sternen mittlerweile gegen schweißesbrüche jetzt frag mal wie es mir geht siehst du das man greift man greift schwuppi lobi lobi würde der funk royal jetzt sagen ein alter grieche und der beste freund vom sokrates so man man macht so auf vorsichtig vor man übertreibt es nicht sondern man hält man hält man hält man hält man greift und der apfel in der sonne reift und jetzt achtung schau jetzt heller geht das ist ganz wichtig jetzt kommt zur abschlussprüfung ja 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 nix es hätte auch was tolles sein können ja 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 miet ganz wichtige frau danke für 21 monate 21 monate pure liebe danke ja miet schau mir zu schau mir zu wie ich am klettern bin leiden leichtfüßig war ja ja okay schön schön ja schön wir machen so wir greifen rüber wir machen einen schluppi und wir sind da gar kein problem Wir machen einen Schluppi. Hush! Kloppa, Schluppi, Kucabazi. Und einen kleinen Luppi. Das war ein Luppi. Das war ein Luppi. Das war ein Schluppi. Siehst du das? Siehst du das? Ich habe gestern einen Burrito gegessen. Das war die Info. Achtung! Das passiert eigentlich bei Supermärkten, wenn wir im Pleite gehen. Achtung! Darauf muss ich. Kann man auf Stopp drücken? Oh! Oh! Ich kann doch mal. Bist du Wahnsinn. Oh Leute, ich muss sie auch gucken. Danach brauche ich eine zweite Razormaus. Boah! Bist du denn Backe? Sap, Sap. Na das war nix. Ich däme mir gleich. Jetzt erzähle ich erst. Wenn Prime nicht mehr funktioniert, dann halt so. Skalmine, danke für 13 Monate. Vielen Dank. Und hallo Chiseoki. Vierter 29 Monate ist ab. Vielen Dank mein Schatz. Dankeschön. Vielen Dank. Gut. Hallo Katuma. Oshunza. Und Amateria Linking Book. Und Shitaid. Shitaid. Es ist Zeit. Zu dominieren. Achtung. Achtung, chat. Achtung. Ja. Ja. Easy. Ja. Ganz leicht. Tapia. Hopp. 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 Und jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt? Was kommt? Ein Hopi. Ein Hopi. Hopp. Ja. Easy. Einer der einfachsten Sachen. Amateria Linking Book. Danke für den Sub. Gibt's mal. Der ist neu. Ich hab mir grad vorgelesen. Aber so ein süßer Kerl. Amateria Linking Book. Vielen Dank für den ersten Monat. Gibt's den Parkaktane. Der muss von Liebe zerdrückt werden. Alle die Parkaktane geben können. Geben jetzt bitte den Amateria Linking Book ein Parkaktane. Der hat's verdient. Der ist der Support. Der ist im Chat. Süßer Kerl. Selbst seine Oma hat schon gesagt. Ich liebe dich. Und ich sag das jetzt auch. Ich liebe dich. Amateria. Vielen Dank. Für den ersten Monat. Der ist jetzt für dich by the way noch. Kann ja nicht sein, dass ich ohne so viel Spaß hab. Amateria. Vielen Dank für den Support. Schön, dass du da bist. Amateria. Jetzt pass auf. Das ist die größte Scheiße. Was hab ich? Wie hab ich das denn gemacht am Anfang? Amateria. Das war's jetzt nicht. Ich treibe bevor du jetzt denkst. Oh, wann man kommt. Also ich weiß nicht, was ich, was ich, was hab ich denn vorrichtig gemacht, was ich jetzt falsch mache. Das gibt's doch nicht. Was? Ich komm da rauf. Beim ersten. Ey, ich kann... Ey, das Spiel ist aber... Nein, es ist aber nicht... Es ist aber nicht... Es ist aber nicht... Es ist aber nicht... Aber... Oh... Maria! 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 Noi! Noi! Oh Gott! Call me Max, danke für den ersten Monat, vielen lieben Dank mein Schatz. Gebt auch den Call me Max und mindestens genauso geliebe wie den Amateria Link in Brug. Mindestens genauso viel. Call me Max, vielen Dank für den ersten Monat, danke für den Sub. Herzlich willkommen bei uns. Wir sind die Elite Gamer. Falls du dich fragst, kannst du sagen, ey. Nein! Ah! Ah! Ich halte es nicht aus. Richtig, ich bin einfach. Das war eine Nahtoderfahrung. Okay, kein Problem. Neredia, danke für den 19 Monat, bitte bis lieb an die Neredia. Danke für den 19 Monat, mein Hübschen, vielen lieben Dank. Hey Kummelkiller, ich sag dir, das Radl ist es nicht ohne. Noa, du spinnst. Siehst du das, Noa? Das ist ein Scheißespiel, ha? Mir ist heiß. Mir ist heiß, Susi, mach das Fenster auf. Keine Sorge, das ist nur die Mid-Clamp-Crisis normal. Ich könnte mich so aufnehmen. Das wievielte Mal schon Petili. Chad, wie oft bin ich schon runtergefallen? Wie oft? Die Petili, die ist frech, die fragt. Chad, wie oft? Seid ihr ehrlich, wie oft? Ey, Ankon, Ankon, nächstes Filmdienstag, 18 Uhr. Horror. Nullmal. Tobi, richtig. Tobi, so ist es. Sag's Ihnen. Bernfried, 42 Bernfried. Mod bannen. Scheiße. Scheiße. Dann bis Dienstag, ey. Ankon, ich freu mich sehr. Einfach Tascha, ich hab nix gesehen. Bernfried. Bernfried. Schau mal, geh noch hin. Mister, ich bin schon 42 Mal gestorben. Ich bin deine kleine Mietze Kürze. Nullmal. Bernfried, schreib's auf. Scheiße, wohin? Ah, da rau. Ne, 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 ist richtig. Ich muss die Spitze bereiten. Die Spitze. Hat der Ötzi gesagt. Ja. Und oben wie Weltmeister. Schau dir, dieses Antipökel. Ich glitt an der Auge, ja. Seine Scheiße, diese Metall war auch früher nicht so glatt. Ja. 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 Ne Rede, der ist für dich. Scheiße, ich krieg's nicht mehr gegriffen. Ja. Ich kann gar nicht mehr tun. Ich hab einfach am Fallen geschenkt bekommen. Ruhe. Die Nerete kriegt doch das, was sie verdient. Ach, scheiße. Es ist wirklich. Es ist, es ist, es ist. Ich muss. Geh, dieser. Hier, das ist immer sehr weit. Das ist immer sehr weit. Das ist immer sehr weit. Ich krieg's nicht mehr hin. Ich krieg's nicht mehr hin. Fällt er wieder runter, wird der Chat munter. Jetzt hört's auf zu reimen, wenn ich sterbe. Was nicht passiert? Hey, sieh! Mein Mauspit ist zu klein. Und wir sind... Oh, Blech! Blech ist rutschig. Ein schlechter Tag zum Klettern, wenn's rutschig ist, wenn ihr mich fragt. Langsam aber doch. Komm. Wachsende Schulden, Amerikas. Oh! Hey! Ja, und jetzt schlippi, schluppi, 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 und jetzt... Ich halte mich. Ich streichel dieses Ding jetzt! Nimm's. Nimm's. Langsam. Ja, und... Neridia, hab ich dir zu viel versprochen? Ja. Oh! Oh! Ja. Oh! Oh! Ich hab 200 Puls. Oh! Okay. Wir machen es konzentriert, wir lassen, wir atmen, wir atmen, wir atmen. Habt's hier? Wir atmen ein... Und wir atmen aus. Und jetzt... Achtung! Scorpius Pain. Reden wir Web. Er spielt Ähnlichkeiten mit Getting Over Editor. Das hab ich schon mal gespielt, ist auf meinem Zweitschein loben. Achtung! Shit! Und jetzt... Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Mixt. Und jetzt... Wieder rüber. Auf die andere Seite. Oh Gott. Ich darf's nicht verkacken. Aber wie? Wie? Shit, wie? Wie, wie, wie? Ich habe es schon einmal geschafft. Ich habe Schwung geholt, gell? Richtig. Richtig. So geht es. Ja. Schau mich an. Scheiße. Ich muss da. Das hat der Drache in Tomb Raider 2 gemacht. Scheiße. Ich komme nicht hin. Meine Arme sind zu kurz. Fuck. Meine Arme sind zu kurz. Ich glaube, ich habe ein Sprunggelenk raus. Ich komme nicht mal hin. Jett, hilf mir. Mit Schwung? Aber. Hier. Hier. Oh, nein, nein, nein. Ich rutsche ab. Ich rutsche ab. Ich rutsche ab. Ich rutsche ab. Oh, shit. Links. Oh, fuck. Ich rutsche ab. Ich rutsche ab. Ich rutsche ab. Gott, ich bin in der Luft. Vorsicht mit der Vorsicht. Sch, sch. Ah. Er ist abgerutscht. Nochmal. Das ist kein Problem. Ich bin abgerutscht. Es war unfair. Da hat nirgendwoge auf den Stein gekackt. Bernfried. 43. Du willst wohl ein Spielchen mit mir spielen, he? Du willst wohl ein Spielchen mit mir spielen? Soll ich nicht jetzt klatschen oder wie, he? Soll ich auf den isst? Moment, Monsta. Ich hab mit mir gedacht. Du hast Du nicht und ich war gut wenn's. Für eine Packung Beruhigungsstie. Wirst die ganze heute gebrauchen können. Ihr habt die ganze Zeit. Es war mir nichts für eine nette Nachricht. Ihr könnt aber noch 있으면 auf den Wallen und dann kümmert man sich noch um meine Gesundheit während der Bärenfriede das Gängetein macht den werde ich auf der Gamescom verprügeln Stroh danke für die 22 Monate, vielen lieben Dank für das Clip das hat mir nicht gelohnt, ey Stroh vielen Dank für die 22 Monate, Dankeschön und vielen lieben Dank für den Support aber man gibt hier nicht auf Hallöchen, oh tolles Spiel, auf das ist runtergefallen noch der erste Versuch frag nicht den Bärenfried oh sowas geh ich nicht hin dann dann komm ich zu dir nach Hause, verprügeln dich da ich muss da ich muss nach links rüber easy 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 rechts rauf so Spitze berühren die Spitze es wird nicht easy okay 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 Jett vorsichtig vorsichtig ein kleiner slip nix ernst zu nehmen ein kleiner slip nix schlimmes oh Gott ich hab mich grad verschluckt hör auf das Ding zu streichen und greif die Ölsäule da okay ein kleiner slip bissl abgerutscht macht nix passiert man bringt doch manchmal eine 5. Schulabit mit nach Hause fragt den Biestl nicht nur einmal passiert kein Problem aber nach Adam Riese Petili Achtung nach Adam ja ja und der Affe klettert wieder das ist hier an der Spitze und hier ganz wichtig ganz wichtig Jett schreibt es auf ganz wichtig ich will mal da waren wir doch schon mal die Szene kommt uns bekannt vor ich will kurz mal was schauen Jett ich schau mal was Moment Jett 6 Minuten 24 Speedrun willst du mich verhaschen ich will nur schauen wie der den Beginn macht wir schauen nochmal wie der Beginn geht okay nur wie der Beginn geht okay wie macht er den wie macht er den wir schauen nur kurz mal den in ja okay nur die andere kurz hier hier Hä? Spielt der andere Spiel? Der hat den Easy Mode, die Drecksau! Ja, ich steu, da kann ja jeder! Ich spiel auch schwer! Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Schüpp, 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 schüpp! Einfach mit, einfach so! Bup, bup, bup! Und dann gar nix! Und mit... Da waren wir auch schon! Aber das ist schon paar... Stunden her! Da war ich auch schon! Ja, ich glaub... Da war ich auch schon! Da war ich da noch nicht! Ja, okay! Ich mach das jetzt auch so! Ist das in Ordnung, dass ich euch das vielleicht zeige? Wollt ihr das jetzt auch sehen? Okay! Achtung! Kümmel-Killerscheu! Warum? Warum? Wie macht der das so flüssig? So schnell bin ich mit der Maus gar nicht! Ich muss immer wieder rauf! Aber er... Ey, sind wir ehrlich! Ich liebe ihn! Ah! Nein! Nicht das Rad des Heufels! Oh Gott! Wer hat das mit der Maus gemacht? Oh, gesagt! Danke für den Follow! Wer hat das mit der Ma... Wer hat denn das gemacht? Nee! Ich mach jetzt! Achtung! Das haben wir ja gelernt! Lidlmaweb! Du bist schon lange im Stream! Ich glaub, du bist im ersten Stream, warst du schon Zuschauerin! Soll ich dir was zeigen? Soll ich dir was zeigen? Ich bin... Nicht mehr der, der ich mal war! Ich bin aufgestiegen zum kleinen... Wunderknarbe! Schaut's her! Wie soll das... Ja, wie soll das Ding... Wie soll... Wie soll... Wie soll... Glech! Mein Mausbild ist zu klein! Warte mal! Ich mach die DPI höher vom Maus... Ich mach die DPI höher vom Maus... Oh Leute, Leute, ganz schlecht Ich bin in diesem Slippery Slope Hallo Putzi, wünsche als Geburtstagskind Einen schönen Samstag Kuchen und Kaffee stehen bereit Nefriteri, alles Gute zum Geburtstag, meine Hübsche Sagst du mal alles Gute an die Nefriteri Nefriteri, das ist ein kleines Geburtstagsgeschenk jetzt, pass auf Nefriteri, alles Gute zum Geburtstag Wie alt werden wir denn? Sagen wir mal, wie fühlt man sich mit 12? Ne, ist ein bisschen komisch 19, wie fühlt man sich mit 19? Nefriteri, danke für 10 Euro, vielen Dank für den Support Ich gratuliere dich, hast schon was bekommen Wie, ich komme da nicht rauf? Aber es wäre ein besserer Weg Ist es vielleicht mit Mit Maus hast du besser? Ah, scheiße Ah, fuck Mit Maus Mein Mauspad ist zu klein Mit Mauspad Ich habe ein kleines Mauspad Moment Scheiß Mauspad Was, wieso? Geht nicht Was tust du da? Mein Mauspad ist in den Norden zu klein Da wird es kleiner Scheiße Mach Wie Ist es mit Maus, dass es mit Mit Controller Vielleicht leichter? Das ist genau das, was ich von einem Hamster erwarte Ruhe Da Warum? Eine gerade Linie nach oben Eine gerade Linie Fuck Nochmal Ne Friteri, vielen Dank für 10 Euro Sag, was hast du zum Geburtstag bekommen? Ne Friteri, danke ihr Lieben Ich trinke heute nur Schnaps Bin heute 45 geworden Ach Quatsch Ne Friteri, 20 Ne Friteri, danke für 100 Pinsel Und danke für den Support Dankeschön Das Wie, warum? Ich verstehe es nicht Shit, ich bin zu dumm Warum? Testimulärtaste Leertaste Der Zahle Mit Leertaste Zieht man sich hoch Zahle So werde ich mal mein Kind nach dir benennen Wegen diesem Tipp Fuck Aber zahle Es bringt mir nichts Warum geht es nicht Warum? Warum? Ich komme nicht rauf Zahle Warum? Geht es nicht Was mache ich falsch? Ey scheiß, ich gehe links Ja richtig Ah Scheiß drauf Ah Zahle, warum geht es nicht? Du machst es schon richtig Es fehlt nur noch Übung Sieht aus wie Klimmzüge im Gurkenfeld Graf wieder Schatten Es fehlt nur noch die Übung Ich soll ich dir Übung zeigen Jahrelang ist Mountain Climbing Schau dir das an Ich klimme den Berg Und ihr werdet es alle am Ende des Streams sagen Putsi Wie du diesen Berg da auch geklettert bist Nicht schlecht Ja Also es ist wirklich Es ist, es ist, es Es geht schon auf die Nerven Aber man bleibt ja ruhig Man bleibt ruhig Und klettert Die Steckdosen nach oben So Man hält sich Man schreckt Muss ich mir notieren Wenn du manche Passage mit Schwung nimmst Lässt die anderen los Zicuna Long Da kennen sie mich aber sehr schlecht Hopp 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 Seht ihr es Seht ihr es Und seht ihr es Und seht ihr es Und streck Und dreck Und pack Und Und jetzt Achtung Wichtige Notiz Für alle Leute Die zum ersten Mal da sind Zahle Schau hin Mit Salto Bam Verlieb dich nicht in mich Zahle Ich könnte es verstehen Achtung Zahle jetzt Zahle jetzt Ich verneige mich Zahle Zahle Hast du das Spiel schon gespielt Wahrscheinlich ein bisschen Gell Horizon BM Danke fürs erste Monat Gibt es mal den Horizon Ein paar Kakteen Horizon Dankeschön fürs erste Monat Chape Sehen wir uns den Haken Ja ein bisschen Hab ich gespielt Zahle Bist du der Programmierer Ne oder Aber es könnte ja sein Haben wir schon mal Haben wir schon ein paar Mal gehabt Und jetzt Summer Night Dream Zahle ich hab bestimmt Ne Ne Hätte ja sein können Schade Warum kennst du das Spiel Und wie oft hast du dich schon gespielt Ich hasse diese Stelle Diese Zahle warum Was hab ich falsch gemacht Wie 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 Macht Ich probier jetzt was Ich habe es Zwei Erkenntnis Solange Weil ich Sehr viel Versagt Hab Mit Controller Das war's Chat Schatz Chat Controller Achtung Chat Chat Controller Controller Ist es Da sieht es ein bisschen Dümmer aus Jetzt ist er nicht mehr Aufzuhalten Achtung 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 Chat Chat Moment Greif mich Greif mich Ich komme auf Auf Wiederum Unterricht Nimm mich Ehrlich Ich will Ehrlich Sagen Scheiße Ich will doch nur Ich will doch nur Ich will doch nur Dass du mich küsst Dass du mich küsst Ah Scheiße Wer lasst es Oh Gott Der Zahle Da ist er ja Zahle Danke für C Gibt es ab Zahle Gibt es mal Den Zahle Ein paar Kacken Zahle Dankeschön Viel Der Zahle Wisst ihr was Das war Der Zahle Ist glaube ich Beeindruckt Zahle Vielen Dank Dankeschön Für 10 Gibt es Habs Dankeschön Zahle Der Zahle Macht sie Alles Haben es schon Im Kindergarten Gesagt Zahle Zahle Vielen Dank nochmal Dankeschön Zahle Mit Maus Aber ganz ehrlich Mit Maus War es ein bisschen Präziser Mit Maus Mit Mit Controller Ist für die Die Zwie Café Getrunken Haben Ja Zahle Zahle Dankeschön Der Zuh Haben sie Gesagt Zahle Rettet Die Wale Ehrlich Jetzt Zahle Dankeschön Oh Mann Ja 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 Sit Das Keine Tipps zu Zen Ich bin Unaufhaltsam Mit Mit Sit Ich bin Keine Krabbe Zahle Achtung Rechts Zahle Wir gehen Rechts Zahle Rüber Zahle Zahle Wir gehen Jetzt Rechts Hast Du gehört Ja Ich hab Gehört Cool Zahle Achtung Moment Man Man muss Ich Ein Lass mich Schade Patrizia Ampel Schauen Sie Her Zahle Danke Nur Für 10 Gibt Es Dankeschön Mit Hübscher Wie Chat Wie Geht Es Ja Was Habe Ich Falsch Gemacht Und Warum Bin Ich Zahle Wo War Der Fehler Er Hält Sich Bei Den Mit Der Rechten Hand An Easy Easy Gernatir Bleib Unten Und Trainier Das Un Bisschen Was Soll Ich Tun Was Was Willst Du Erzähl Hat Was Soll Ich Den Trinieren Das Das Hin Und Her Ja Aber Was Denn Swing Swinging Swinging Und Bringing So Ist es Schöne Bogen Schöne Bogen Machen Schöne Bogen Wir Wir machen Was machen Wir Wir machen Schöne Bogen Nochmal Schöne Bogen Mach ich mit Dir Putzi Ich Hätte Gern Putzi Schau Mich An Wie Ich Schwinge Mit Der Zahl Und Einen Schwung Und Schwung Drauf Ja So Ich Mache Einen Schwung Ja Ich Bin Der Putzi Wunderbar Ha Ich Schöne Das an Mich Hält Nichts Mehr Auf Ich Glaube Ich Kann Es Einen Der Runden Bogen Rund Wie Die Uhren Von Holzkern Ha Ha Zahle Du Bist Mein Kleiner Stern Schau Mich An Wie Ich Darüber Komm Ich Ken Eine Yvonne Ich Schau Mir Zu Tale Im Wasser Schwimmen Da Schwimmen Alle Oh Tale Look At Me Ich Auf Kletter Ich Bin Keine Sie Zahle Wach Jetzt Keine Faxen Rüber Bin Ich Schon Ein Klachsen Easy Schau Das Her Schau Dir Das An Siegst Du Das Kennst Immer Supel Army Schau Dir Das Ja Ja Ich Greif Mir Steil Die Krabbe hält nichts auf Scheiße Er bleibt Lava Ruhe Okay jetzt Zahle Halt mich Halt mich Halt mich Sack Ist das eine Scheiße Okay Ich halte Ich halte Ich halte Oh ja Leute Ich Jetzt Jetzt Komm ich Mal Darauf Bitte Tilly Bisschen Deppert Mir ist heiß Und wir sind oben Wir müssen Den Griff Der Griff muss zu Ende gebracht werden Ich klettere die Säule hoch Ich klettere das Benzin nach oben Wie der Lindner Hahaha Bin oben Ja Schau mich an Wie ich mich da festhalte Scheiße Nochmal Okay Ja Schaut Ich hab kein Gefühl Ich hab kein Gefühl Ja 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 so geht's So haben wir's So haben wir's gelernt im Kindergarten Und so machen wir's heute auch noch Geil So Genari Look at me Was hat jetzt geschrieben Die Paincina Ja Ja Oh Oh Gott Ich muss kurz meine Hände in krampfen Shit Oh Okay 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 Hallo Propeller Hans Mein Schatz Wie geht's dir Ich muss kurz meine Hände Oh Bei dir Da gibt's aber In den Zahlen Shit Wer macht das Spaß Zum zuschauen Shit Ist jetzt ehrlich Bitte Sagt's alle ja Ey Ich geb grad alles Ich geb grad alles Boah Ist das anstrengend Buh Oh Ich hab Krampf in die Arme Oh Schmetterfache Oh 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 Ich bin Ich brauch gar Urlaub Sonnigblume Achso Okay 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 Julia Okay Achtung Ich mach jetzt Was ich unten gelernt Hätte besser sein können Oh O Oh Oh Brrrr Brrrr Brrr, Brrrr 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 Hat meine Mutter gesagt, du hattest den Stromzecker von der Playstation gespielt, gezogen. Ja, ja, rauf, rauf, rauf. Drecksau, du Drecksau! Jetzt probier's wieder mit Mastersatuber. Da war ich präziser. Da bin ich präziser. Da bin ich präziser. Ja, mit Maustastatur ist irgendwie... Da bin ich präziser. Da hab ich's irgendwie mehr drauf. Da fühl ich den Stein. Das ist jetzt ein neues Feature von der Razormaus, dass man Oberfläche fühlt. Wahnsinn. Siehst du, ich... Ich ehe... Bam! Ne. So. Ja. Boah, Leute. Oh. Ich bin da. Und das ist die Scheiße wieder. Ja. Nein. Okay. Ja. 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 Ich bin da. Aber, 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 Chet. Aber es geht. Es ist schon besser geworden, oder? Und sorry, dass er sagt, ey, Pruzi, das ist so langweilig. Du stirbst ja immer. Ich bin noch nie runtergefallen. Das ist halt immer dasselbe Level. Was kenn ich dafür? Okay. Okay. Nussi Bär, hallo mein Schatz. Wenn du lernst, wie man schwingt im letzten Moment vor dem Aschprung... Was? Wenn du lernst, wie man schwingt plus im letzten Moment vor dem Aschprung hochziehen. Wie? Mutter! Ich hab Schiss! Mutti, das ist das schlimmste Spiel der Welt, Mutti! Schau her! Meine Mutti ist grad im Jet. Belebt euch! Hallo Mutti! Ich hab... Mutti, es wär langweilig, wenn du es nicht fallen würdest. Es wär langweilig, wenn du es nicht schaffen würdest. Okay. Schau her jetzt! Wie... Ja, ich hab oft das Gefühl... Ich glaub, jetzt hab ich's raus und dann wieder verkackt. Ich glaub, das kann noch dauern. Waa... Was, da mach ich irgendwas falsch? Hm? Aber das war nicht falsch! Colonel Panicked! Vielen Dank fürs erste Monat! Dankeschön, gibts nochmal den Colonel Panicked! Der ist süß! Der ist neu! Die Fuchsi, schau her jetzt! Der Schwinger! Wo ich mich nächstes Besuch dann auch als Freaklein unterwegs... ... ... ... ... ... ... Wie? Wie? Die Schulter muss hoch? Wie? Guter Anime, wie? Die Schulter muss hoch? Du meinst? Ah... Wenn du hoch gehst, siehst du, wie die Schulter auf geht. Okay. Aber waaat? Das war jetzt Glück. Das war jetzt Glück. Zahle! Wie komm ich da hoch? Das war können! Oh, zahle ganz bestimmt. Oh! Wo ist meine Maus? Alles gut. Alles gut, sie funktioniert. Wie ein Stoppel. Mutti, würdest du bitte was Nettes sagen, außer wie ein Stoppel? Jasper, es ist doch viel zu früh noch. Aber ich bin wahrscheinlich alle Gamescom-Tage dort. Ich habe es nicht. Ich verstehe das Spiel nicht. Ich verstehe nicht, wie ich mich schwinge. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Mutti! Weiter so. Ich habe nichts geleistet. Ich weiß nicht, wie man schwingt. Ich verstehe es nicht. Das Prinzip des Hochziehens und im letzten Augenblick loslassen. Ich bin ein Free Climber. Und ich bin, by the way, jeden Dienstag 18 Uhr, da spielen wir immer Horror. Donnerstag 18 Uhr, da spielen wir immer so alles Mögliche. Und Samstag 12 Uhr, ab 12 Uhr bin ich auch live. Wer zum ersten Mal da ist. Vielleicht sieht man sich am Dienstag um 18 Uhr wieder. Der Jet kann nicht schwingen. Nussi-Bär, drück an. Das Ding ist halt wie Halloween 2.0 noch. Ich verstehe es. Schwingen nicht. Moment, ich lasse einfach das Pisschen drückt. Ich lasse einfach das Pisschen drückt. Das ist es. Ja. Oh. Free Climber Profi Move heißt es. Ja. Oh, scheiße. Die Kacke wieder. Du wirst schneller. Ich kann das. Ich verstehe das nicht. Wie, 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 wie mache ich das? Wie mache ich das? Ich verstehe es nicht. Steht heute noch was anderes, sondern kann sich gar nicht mit diesem Spiel vorregen. Genari. Wir sind bis 18 Uhr live. Es lohnt sich nichts mehr anderes. Sagt deinem Freund, dass er davon schon Supermarkt-Simulator gab. So ist es. War schon richtig. So richtig muss loslassen. Ne, ich habe irgendwas falsch gemacht. Wenn er zurückrutscht, wenn er zurückrutscht, ist es ein Drecksschwein. Er zurück, das ist das Gefährliche. Wenn er zurück, dann geht er. Das ist nix. Das ist nix. Hallo, ich bin die Krabbe. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie man den Schwinger macht. Ich verstehe es nicht. Warte mal. Er hat sich da mit der rechten Hand angehalten. was ich tut. Wenn ich den hätte, dann werden alle meine Sorgen weg. Lass mich das. Lass mich Ich will es berühren! Ich habe es berührt! Mutti! Ich habe es berührt! Und es war wunderschön! Okay. Aber jetzt sind wir wieder da. Scheiße. Okay. Jetzt muss ich schwingen. Ich muss schwingen. Ich muss schwingen. Ich weiß nicht, wann ich loslassen soll. Ich komme vor wie ein Balletttänzer. Ich weiß es nicht. Wann lasse ich los? Wann lasse ich los? Wann lasse ich los? So viel muss ich hochziehen. Ich... Mehr nach oben und dann schwinge. Für 10... Vor 1 Auge kannst du Klebstoffboff kaufen. Für 5 Minuten. Hahaha. Klangfurt! Ich habe gar nicht gewusst, dass wir Dragon's Dogma spielen. muss ich mich hochziehen. Muss ich mich hochziehen dabei? Muss ich mich hochziehen dabei? Ja. Ich weiß nicht wann. Stell dir jetzt vor, wir sind hier so in der heutigen Gaming-Welt und du könntest jetzt einfach 1 Euro kaufen für... Du kannst 5 Minuten weiter springen. Das ist doch scheiße. Das will doch keiner. Das will doch keiner. Du musst es ja nicht machen. Schau es dir kurz an, wie es optisch aussehen muss. So muss es aussehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen, Chat. So eine Scheiß ist es. Hä so? Es ist ein Scheiß drin. Ich verstehe nicht den Schwinger. Ich kitter! Wie geht der Schwinger? Der Schwinger ist mir ein Rätsel. Warum geht der scheiß Schwinger nicht? Hallo, der Schucki, mein Schatz. Wie geht's dir? Okay. Frame für Frame. Er holt Schwung. Linke Arm. Linke Arm. Okay. Und da zieht er sich hoch. Er zieht sich noch auf der linken Seite hoch. Da zieht er sich hoch. Also er macht es circa so. Er renkt. Und dann so. Und dann so. Ungefähr. 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 Circa. Gut. Danke. Eins zu eins. Ja. Okay. Verstehe. Verstehe. Perfekt. Kraft der Schatten hat dir das gefallen. Wir schüren beide über jeden Samstag und ab 12 Uhr mittags. Geil. Geil. Schau dir das an. Ich bin der Kletter, Max. Das... Der ist eh leicht, aber manchmal klingt nicht immer irgendwie. Warum auch immer. Meine Kamera flackert schon wieder. Bitte werde nicht kaputt. Bei anderen Spielen sieht das immer so leicht aus. Ah, du meinst bei mir? Ja, ja. Das, wenn man viel übt, dann... Dann irgendwann kann man die... Die Fuchsi. Ja. Ja, siehst du es. Und jetzt! Achtung, Chatter, Schwinger! Seid ihr bereit für das, was wir gelernt haben, das jetzt einzusetzen? Na, sowas nicht. Aber ich fahre nicht fahre. Scheiße. Ich muss das... Er hat mit links sich festgehalten. Warte mal. Warte mal. Mutti, schau! Das könnte gehen. Ich mach einfach so und... Da war es kurz. Blackflox, vielen Dank. Blackflox, danke für vier Monate. Vielen lieben Dank. Gebt mir den Blackflox ein paar Aktien. Da war es ganz gut. Da war es kurz. Gebt mir den Blackflox ein paar Gecken feiern, Gebt mir den Blackflox, geht durch. Da war es kurz. Gebt mir den Blackflox. Gebt mir den Blackflox. Ich hab nicht mal losgelassen. Ich hab nicht mal losgelassen, du Dreckschwein. Ich hab nicht mal losgelassen. Ich will... Halt da! Ich lass mich da rauf. Ja! Achtung! Haltet eure Dose fest! Ich bin zu dumm! Ich bin zu dumm, ich kann nichts dafür! Ich kann mich nicht größer machen, ich versteh's nicht! Der Schwimmstil ist interessant. Ich zieh sie mir so hoch, ich kann. Malwin, hallo hübschen Menschen, hallo mein Schatz. Hast du gekriegt? Hallo, ihr hübschen Menschen, hu hu kapuznum. Bin ich keiner davon, Malwin? Du Dreckschwein, ich dachte, wir lieben uns. Ist das der Speedrun Weltrekord? Blowflay. Du kein Dreckspatz. Vielen Dank für die 21 Monate. Wie soll ich's machen? Wie mach ich das? Ich hab das doch schon mal geschaffen. Einfach die Space-Taste gedrückt lassen, ist das der Trick? Schwingen Space-Taste gedrückt lassen? Ja, ich glaub, oder? Ich glaub, das ist es. Ich glaub, das ist es Stroh. Aber, aber, sagte Jesus und fragte, gibt es noch Nachtisch? Scheiße, wie komm ich da rüber? Ich bin zu klein. Wie komm ich da rüber? Scheiße, wie komm ich da rüber? Was ist das da? Wie komm ich da rüber? Matthäus 34 oder so. Wie komm ich da rüber? Fuck. Und sie gibt's Apelstreuselkuchen. Nicht loslassen. Nicht loslassen. Wie komm ich rüber? Boah, ist das scheiße. Kannst du Mod... Was? Wie komm ich rüber? Ja. Wie, ich komm hier... Wiederschwingen. Mutti! DAAH! Das Leben ist schön mit Heroin. Ich hasse diese Scheiße. Scheiße. Pfff. Duh. Pfff. Juh. Okay. Okay. Ich hätte schon aufgegeben. Mutti, darum geht's. Den Spirit. Den eigenen Spirit zu überwinden. Über sich hinaus zu wachsen. Darum geht's, Mutti. Nicht aufzugeben. Sondern auch mal sich auf die Straße zu kleben. Stopp. Wir fliegen nicht runter. Wir fliegen nicht runter. Wusstet ihr, dass ihr kein Corona bekommen könnt, wenn ihr sagt, ich will kein Corona. Das ist illegal. Und genau so will ich nicht runterfliegen. Siehst du? Und deswegen bin ich runtergeflogen. Krass, ha? Ja, 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 ja. Hopp. 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 Ja. Hopp. Sechs. Zahle, look at me now. Und oben sind wir. Oben sind wir. Hab's versucht. Sekunde long hast du vielleicht nicht bitte gesagt. Hast bitte vergessen. Anfängerfehler. Sekunde long. Anfängerfehler. Da. Kennst du one? Na? Sag immer bitte. Dann war's vielleicht die Betonung. Okay, nochmal, shit. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Es ist irgendwie so. Es ist mit dem Schwinger. Es ist mit dem Schwinger. Und die Space-Taste gedrückt lassen. Ich kann das nicht mehr. Wie spiele ich es denn schon? Viertelstunde noch. Ich bedanke mich dafür bei mir. Irgendwann für das Corona. Oh, krass. Shit, jetzt. Look at me. Boah, ich verstehe es nicht. Ich bin zu dumm. Ich verstehe es nicht. Wir sind drüben. Wir lassen es schwingen. Ja. Ja. Ja, wir lassen uns das Muncherie schmecken. Herrlich. Okay. Ja. Ich danke. Oh. Mutti, du gehst schon. Oh, geht. Ich kann es verstehen, Mutti. Pass auf dich auf. Danke. Okay, jetzt und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt. Shit, wie jetzt? Wie soll das gehen? Ich habe es schon mal geschafft, aber jetzt schaffe ich es nicht mehr. Es war Glück. Ich habe es ja so gemacht. Mit links halten, rechts. Aber das habe ich ja so gemacht. 17. Das war zu früh. Ja, ich habe es halt festgehalten. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich. Jetzt oder nie. Nochmal, 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 nochmal. Wer, ich weiß, ihr denkt euch, oh, wieder runtergefallen. Aber ich denke mir, einmal zu wenig runtergefallen. Weil jetzt, mein lieber Putzlutz, kommt der First Try. Das Spiel gibt es auf Steam. Ihr habt euch bestimmt schon gefragt. Ach, danke für die Information. Ich wollte es mir schon kaufen. Okay. Wie oft Putz hier noch wohl noch schwimmen gehen will. Das Ding ist halt, ich verstehe nicht, warum. Also ich finde, das Spiel super. Okay. Okay. Ich kaufe lieber kein Spiel, das mir der Tastu gefährdet. Für mir war es die Maus. Aber ich verstehe, was du meinst. Okay. Wenn ihr noch einen Prime-Sub übrig habt, übrigens. Ich würde mich sehr über den Prime freuen. Nutzt es gerne, sonst verfällt es. Und Amazon freut sich daran, weil ihr denkt, ah, ich kann dich nicht aktivieren. Okay. Mal mit was euch haben. Das ist heute Playthrough. Ein der Nombie läuft. Chat. Das dürft ihr für mich beantworten. Da, Andrea. Andrea. Chat, sagt es Andrea gerne mal, wie es läuft. Könnt es ihr gerne mal sagen. Muss ich, muss ich was sagen, Andrea? Schau mich an. Re, Leona, vielen Dank für den Sub. Dankeschön für den Prime-Sub. Und Sandra. Sandra Rax. Danke auch dir für den Sub. Danke für das erste Monat. Danke euch beiden. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Re, Leona, für den Prime-Sub. Danke, dass du ihn benutzt hast. Vielen Dank. Und danke, Sandra Rax. Euch beiden. Pflüge ich oben einen Apfel und mache euch einen kleinen Kuchen. Okay, Chat. Michael ist da. Das ist so schwer. Das ist so schwer. Das ist so schwer. Das ist so schwer. Shit. Shit. Hilft. Hilft mir. Bitte hilft mir. Wie soll ich das machen? Mein Arme sind nicht lang genug. Meine Arme sind nicht lang genug. Links also. Links also. Erst loslassen, wenn du rechts safe hast. Das ist ja das Problem. Und wir sind oben. Zahle. Wir sind oben, Mondschein. Jetzt nichts übertreiben. Vorsichtig. Ein kleiner Slip. Vorsichtig. Vorsichtig. Nicht zu viel Schwung. Vorsichtig. Oh Gott. 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 Oh Gott! Oh Gott! Oh! Oh Gott! Mö! Teig! Oh ho ho ho! Oh! Ich weh nicht mehr! Ich weh nicht mehr! Oh! 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 Ich hätte einfach Buchhalter werden sollen! Oh! 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 Kann ich da rennen? Kann ich da rennen? Ich bin ein neuer Mensch, ich glaube ich sehe eine Farbe mehr als am Morgen. Ich bin ein neuer Mensch, ich bin ein neuer Mensch. Wie geht es jetzt weiter? Speichere ich das Spiel ab? Oder fange ich immer wieder am Anfang an? Oder wie ist es? Oh, genau. Ich bin... Danke, Isluna. Wie ist es jetzt? Ja, du fängst beim nächsten Mal hier an. Aber auch wenn ich ganz runter fliege. Man fängt immer wieder von vorne an, wenn man das Spiel verlässt. Man fängt eben. Es wird noch viel... Ja, da haben wir auch was gedacht. Aber... Aber das ist so ein Checkpoint? Oder fange ich immer wieder von vorne an? Also wenn ich jetzt Ragequake mache, ist es dann vorbei? Okay. Ich will aber jetzt sehen, wie es weitergeht. Ich schaue nur mal. Ich mache mal Ragequake und starte dann. Wenn... Aber nicht, bevor ich es nicht einmal probiert habe. Aber das... Aber, Chad, seht ihr es? Seht ihr es? Dieses Level. Wir probieren es. Wir probieren es. Wir atmen durch die Hose ein. Und atmen auch wieder aus. So. Wir lassen uns nicht... Wir lassen uns nicht ärgern. Und akzeptieren... Die Steuernachzahlung. Ja. So ist es. So ist es. Stroh. So ist es. Stroh. Hopp. Nein, ich gehe wieder zurück. Oh. Ich Idiot. Nee, oder? Hä? Hä? Wo soll ich denn hin, dann? Wo soll ich denn hin? Madame, Monsieur. Wo soll ich hin? Wo muss ich hin? Auf das Flugzeug über mir. Hoch, ohne, ab. Oh, vielen Dank. Das haben wir so gut durchgespielt. Nach oben. Aber wie? Wie komme ich denn nach oben? Ja, ja, ich habe schon gesehen, dass du mir... Ich bin auch viel zu klein. Zieh die Helmet Gaming. Danke für die Monate. Danke für uns ab. Gebt es heute Zügelpacker gehen. Ja, ich habe den Ast schon gesehen, Schatz. Das ist... Ich weiß, aber wie komme ich rauf? Ich frage, wie komme ich rauf? Die Leute, Ast. Wie komme ich rauf? Ast. Jo. Aber wie komme ich rauf? Beim Steinschwingen? Vom linken Stein? Ja. 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 Es ist ja laut. Oh. Oh. Tabea! Atmet durch die Hose ein und aus. Aha. Tabea, vielen lieben Dank. Hat gut funktioniert. Tabea, danke für 5 Euro. Vielen Dank für's Support. Danke, meine Hübsche. Tabea, oben gibt es Milchreis. Sammy! Wie soll ich das denn da oben greifen? Wie? Tabea, danke für 5 Euro. Vielen Dank für 5 Euro. Danke schön. Ja, aber so kann ich doch nicht. So komme ich doch nicht. Oder? Über 7 Brücken musst du gehen! Du musst kleinbe hoch. Den Wasser fallen. Ja. 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 Okay. Einen Versuch noch, Chat. Einen Versuch noch. Dann, weil ich muss halt noch einkaufen gehen. Soll man das wieder spielen, Chat? Findet ihr das lustig? Ich bin manchmal konserviert, deswegen rede ich weniger. Ich bin einfach. Ich bin schon immer wieder. Und das ist ein. Ich bin ja, ich bin einfach nicht immer wieder. Ich bin mir ja. Okay, meine Brutzels, wir machen hier Pause. Wir sehen uns nächsten Sonntag, das ist Samstag, Samstag spielen wir weiter. Ich vertraue euch jetzt, dass das jetzt ein Checkpoint ist. Wenn ihr jetzt gelungen habt. Moment. Oh, meine Brutzels, bist du wahnsinnig, war das ein anstrengender Stream. Boah, war das anstrengend, ich bin richtig müde jetzt. Oh, meine Brutzels. Ey, ich bin jetzt aber, ich bin so fertig. Ich bin so müde. Boah, war das anstrengend. Boah. Boah, meine Brutzels. Ey, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ganz, ich lade die Sachen alle auf den Zweitschannel hoch, natürlich. Kapuzen und Plus. Oh Gott, dann muss ich noch ein Video machen. Kapuzen und Plus ist mein Zweitschannel. Da kommen die Sachen vom Stream hoch. Folgt's dort gerne, bitte. Ähm, ich hab... Oh, Leute, ich bin schon müde. Ach, meine Brutzels. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Oh. Ich bin richtig müde jetzt gerade. Oh. Meine Brutzels, am Dienstag. 18 Uhr nächstes Stream gibt's wieder Harroa. Vielleicht krieg ich die Bahn und den Erik für irgendwas dazwischen. Wäre lustig. Boah, ich bin richtig müde jetzt gerade. Ich bin richtig müde. Äh, meine Brutzels. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Viel lieben Dank, dass ihr da wart. Meine Brutzels. Wir sehen sich. Folgt's mir doch gerne auf Twitter, auf Instagram, auf, auf mein Discord. Ähm, auf... Ja, wie gesagt, nächstes Stream ist wieder Dienstag 18 Uhr. Ich hoffe, es ist wieder zahlreich da. Würde mich freuen. Oh, boah, ich bin müde. Bist du deppert. Ich bin richtig erschöpft gerade. So. Meine Brutzels. Viel lieben Dank für euren Support. Danke, dass ihr da wart. Danke für die Follows. Danke für die, ey, die Pitzel, die Subs. Ich lese gleich was. Ich lese alles vor. Vielen lieben Dank. Äh, natürlich auch. Warte mal. Äh, no. Es hat sich immer wieder Spaß gemacht. Schönen Abend. Och, André, vielen lieben Dank. Es ist auch wieder toll. Entspannt. Alles schön. Ach, Laude. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank. Fuh, mein Schatz. Leute, meine Brutzels. Vielen Dank auch wieder für die Donation. Danke, Tabersel, für 5 Euro, meine Hübsche. Vielen lieben Dank. Danke schön, meine Süße. Danke, Nefertiere, mit 10. Vielen lieben Dank. Danke, Appleheadlava, mit 5. Danke, mein Schatz. Sammerglückstrache, auch mit 5. Vielen lieben Dank euch. Danke, Black Forest, mein Schatz, mit 10. Vielen lieben Dank. Danke, meine Pazi, mit 5, meine Hübsche. Infiltrader, mit 5. Infiltrader, nochmal, mit 5. Kuschelkücken, mit 2,90. Infiltrader, mit 10. Vielen lieben Dank. Infiltrader, von ganz Herzen. Danke, Babsi, mit 10 Euro. Und Bettine, mit 20. Vielen lieben Dank euch. Dankeschön, meine Puzzels. Danke schön. Vielen lieben Dank für den Support. Leute, meine Puzzels, ich muss jetzt noch einkaufen gehen. Tabersel, danke für 9 Monate. Jetzt heute ist ein Baby. Äh, Sebi, du darfst es benennen. Oh, Leute, vielen Dank für den Support. Meine Puzzels, danke für den wunderbaren Stream. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es wird euch ein bisschen unterhalten. Und wir sehen sich dann auch schon wieder am, äh, ähm, am, 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 am. Meine Puzzels, so, ich wünsche euch einen wunderschönen, guten Abend. Was auch immer ihr noch macht, ich hoffe, es wird sehr schön. Ich hoffe, macht euch einfach einen schönen, netten Tag. Ähm, äh, äh, so. Äh, ganz kurz, gibt es eine Sache, ich frage euch jetzt nochmal, ich frage, gibt es eine Sache, die ihr am Stream, äh, direkt vom Stream wünscht? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, ey, das wäre wieder cool, oder das wäre cool, oder das wäre besser? Gibt es irgendeine Kleinigkeit? Zum Beispiel, äh, so meine Sachen wären so, ich will einfach jetzt mehr Emotes, das liegt bei Marvin Clifford. Ich frage ihn morgen, wie es ausschaut, ob es schon Neues gibt. Andere Streamer. Aber ja, also ein paar Emotes, aber gibt es irgendwie andere Sachen? Ich hatte damals zum Beispiel immer die Hintergründe. Wer sich erinnern kann, wer so lange schon dabei ist. Aber sowas, gibt es irgendwas, wo ihr sagt, ey, das wäre cool, oder gibt es, das vermisse ich, ich versuche irgendwas, was könnte ich besser machen? Emotes auf jeden Fall kommen auf jeden Fall mehr, ja. Ich spiele mit Communities. Mal wieder Minecraft, aber querz. Mund ausglücklich. Filter und Herr Eggenheimer. Memes, ja, Memes machen wir auch noch. Die Hintergründe wiedersehen, die waren halt so aufwendig, ich weiß halt, die, ich, die, ich, die, ich, die, ich, die, ich weiß nicht, ob es sich gelohnt hat, doch, kenne ich noch, fand es damals cool. Bin so zufrieden. Ja, Gerichtshall war geil. Ja, ich, ja, vielleicht, okay, vielleicht wieder ein paar Hintergründe. Da muss ich mir überlegen, was man für, für was. Ich bräuchte so allgemeine Hintergründe, nicht nur für so ein Spiel. Aber ich werde mir was überlegen. Also vielleicht wieder ein paar Hintergründe könnte ich machen. Ich überlege, ich überlege. So, meine Putzels, aber ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr da wart. Danke auch nochmal an GifteZaps heute von, wer war denn heute? Äh, ich glaube, der zahle mit 10 GifteZaps und Kufland euch beiden. Vielen Dank für die GifteZaps, Dankeschön. Das Dojo fehlt. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie noch reinpasst. So. Ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Aber ich muss irgendwie, es muss irgendwie, es war alles so bunt. Und ich hätte gerne eine Sachen, die so zusammenpassen. Der Emotans fehlt total. Hä, den habe ich doch. Den habe ich doch. Ich habe noch Emotans. Ey, RedFox, wir werden später vorher gehen. Meine Putzels, ich gehe jetzt aber. Ich muss jetzt noch einkaufen gehen. Leute, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Passt auf euch auf. Danke für den wunderbaren Stream. Und ans Katana wäre immer super. Ja, ich muss überlegen. Ich muss es schauen. Meine Putzels, schlaft gut. Danke, dass ihr da wart. Bis am Dienstag. Es ist vorbei. Jetzt ab ins Bettchen. Hoppla hopp. Und wir sehen sich dann am Dienstag um 18 Uhr. Wenn ihr wollt. Ich bin auf jeden Fall da. Mit Horror. Und ja, Leute. Vielen lieben Dank, dass das wieder mal mit dem Stream sein durfte. Danke, dass das mein Job sein darf. Vielen lieben Dank. Danke, dass ich habe echt ein bisschen Angst gehabt, dass nach Japan. Boah, hoffentlich haben die Leute nie mich vergessen. Aber es sind ja doch echt viele Leute immer wieder da. Vielen lieben Dank. Danke schön. Danke, danke. Klingt zu scheiße, aber es ist wirklich so. Mein Job liegt auf euren Rücken. Wenn ich irgendwann wegsetze, ist es nicht mehr mein Job. Also deswegen vielen lieben Dank. Danke, dass es noch sein darf. Vielen lieben Dank euch. Werde ich nie vergessen. Meine Putzels. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schönen Samstagabend. Schönen Sonntag, Montag. Schönen Arbeitstag. Und am Dienstag wird ihr wieder geküsst. Meine Putzels. Passt auf euch auf. Danke vielmals, dass ihr da wart. Danke für eure Subs, Bitzels, Donations. Und danke auch einfach nur fürs Einschalten. Auch wenn es gar nichts von dem ist. Einfach nur fürs Zubat. Meine Putzels. Vielen lieben Dank. Danke auch, dass meine Ex-Mods wieder dabei waren. Hat mich sehr gefreut. Danke, dass meine richtigen Mods auch da waren. Und danke, dass ich das seit 2018 schon machen kann. Und ich hoffe noch sehr viel länger. Vielen lieben Dank. Meine Putzels. Macht es gut. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Passt auf euch auf. Und ich wünsche euch auch. Und, oh scheiße. Ich lade heute noch mein erstes TikTok hoch. Das muss ich auch noch machen. TikTok. Die Partie wird mich auslachen. Aber muss ich heute noch machen. Meine Putzels. Danke, dass ihr da wart. Passt auf euch auf. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht es gut. Bis dann. Bis am Dienstag. Tschüss. Tschüss. Muah. 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 Tschüss. Muah. Und danke für immer. Tschüss. Muah. Ehe.